Und damit Hallo und Herzlich Willkommen Zurück Überblick, Überblick, Überblick. Brauchen wir einen Rettungswagen? Irgendwo? Vermisstes Kind? Ja, was willst du machen? Tja, wir brauchen Polizei. So wartet, Rettungskräfte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Zwei Polizeieinheiten. Das ist ja ein Traum. Nr. 1. Wir müssten da eigentlich auch hin, aber es hilft nichts. Ich glaube die Mission da hinten bekommen wir nicht hin. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir müssen jetzt mal gucken. Also erstmal Feuerwehr. Du kümmerst dich darum. Drogendealer. Ja, was willst du alles machen? Wie gesagt, wir sind da natürlich, das müssen wir halt ehrlich sein, uns sind da ein bisschen die Hände gebunden. Alle werden wir niemals bekommen. Oh Gott, das ist eine Weltreise. So, dann... Du machst das. Feueralarm. Du gehst hier hin. Ja, wir haben nichts frei. Wir müssen halt Step by Step jetzt machen. So, dann müssen wir hier wieder hoch scrollen. Das ist natürlich ein bisschen doof alles. Drogendealer. Ja, müssen wir uns natürlich kümmern. Ja, da wird ein Polizeitransporter noch benötigt. Oh je. Ja, du hast keine Chance. Das ist zu viel. Ja, wir haben nichts frei. Was willst du machen? Da wird eine Menge schief gehen. Sekunde. Ich wünschte, man hätte ein bisschen mehr Zeit. Das sieht ja gut aus. Okay, okay, okay. Wie gesagt, wir machen das Step by Step einfach in der Hoffnung. Das wir hier alles schaffen. Mehr oder weniger. Vielleicht ist das die Taktik. Oh, das ist ja mega. Fahrerflucht. Wow, wow, wow. Suche abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Zumindest haben wir eine Feuereinheit. Die wir auch brauchen. Okay. Alter Falter ist das ja herausfordernd. Cool. Alter, das Spiel ist nicht so easy. Wir werden nicht alle Missionen schaffen. Das sieht man auch. Das ist auch okay, denn es ist unlogisch alles schaffen zu können. Ganz ehrlich, kümmere dich darum. Ähm, gibt's sonst noch was? So, zu tun gibt's immer was, ne? Alter Falter. Haben wir noch was? Hier müssen wir noch hin. Ach, das ist auch gleich hier. Das ist ja praktisch. Das ist in Ordnung, mein Freund. Ja, sehr gut. Gott sei Dank ist die Schicht auch zu Ende. Da war doch gerade unten noch was, ne? Ein Feueralarm. Roger. Ready for action. On my way. Der fährt da auch gleich hin. Awaiting orders. Roger. Ja, die Schicht ist ganz lang zu Ende. Wie gesagt, wir können jetzt nur noch hoffen und warten. Mehr geht nicht. Roger. Ah, das war auch unnütz. Ja, wir haben aber kein Feuerwehr mehr. Also, Feuerwehr brauchen wir nicht. Ja, Sekunde. Das brauchen wir schon. Da gibt's doch bestimmt noch irgendetwas, oder? Lauter Party, Fahrerflucht. Ah. On my way. 10-4. Starting chase. Ja, komm. Was willst du machen? Ready for action. In pursuit. Sekunde, 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 Sekunde bitte. Laute Party, was haben wir hier noch? 10-4. 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 Okay, da wird ein Sanitäter benötigt. Und ein blindfold. Going there. Awaiting orders. On your way. 추 bumps back to base. Weru is found the notebook. Okay, 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 okay. Not receiving. Going there. Ja, was willst du machen? Roger. Dann kümmer dich darum. Requesting a fighter team. We are done here. Reporting. Going there. There. Da wird Polizei benötigt, da Feuerwehr. Ja, ich glaube, für die... Also... Also, das schaffen wir hier leider nicht, die laute Party, egal. Ja, ob das noch was bringt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Ja, das werden wir auch nicht schaffen, glaube ich nicht. Operator? Going there. Receiving. Roger. Operator? Going there. Okay. Nee, haben wir auch nicht geschafft. Ja, dann nur noch das, dann haben wir es doch. Wow. Jo, also, das ist langsam krass. Oh, ho, 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 ho. Na ja, immerhin 80. Aber das war schon krass. Leider haben wir immer noch nicht genug Geld. Brandstiffer gefasst. Ja, sehr schön. Ja, okay, keine Ahnung. Wir finden das alles raus. Ich will nicht so viel lesen. Es ist die Frage. Neue Einheiten, ja, nein. Ist irgendwo jemand verletzt oder... Nee, hatten wir ja nicht, ne? Nur hier oben fehlt jemand, sehe ich gerade. Da könnten wir ja mal gucken. Da rekrutieren wir... Okay, wir haben aber auch so genug. Schaltet bis zu zwei Erholungen. Ich habe keine Ahnung. Dann warten wir einfach. Die müssten ja wiederkommen. Dann brauchen wir jetzt nichts kaufen und sparen uns das Geld und würden dann morgen in der nächsten Folge mal richtig weiter Attacke machen und hoffen auf besseres Wetter. Sah ja ganz gut aus. Und... Sieht es nicht? Sturmwarnung. Na gut, wir werden schon eine Lösung finden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wird mich freuen und sage ciao. Bis morgen. Macht's gut. Euer Zellron.